visiting an epic event wie schaut denn das aus ich drehe ab ich drehe ab ich gehe auf 315 mark kannst du es alleine machen ist ein bisschen viel gott hoffentlich kommen wir da weg run forest run ehrlich gesagt mit vier belohners sollte man das eigentlich schaffen können weil ich so nicht 315 ja ja ich denke schon ein cannot lief verdammte angst 1 40 1 41 eigentlich sind zu weit weg frage ist dann auf dem wald oder wenn die fahrer des risikos frendy port wir sind über 21er linie rüber gewesen hätten wir eine gute chance pech haben sie mal wieder in la tour 2 straßen ein minuten sieben die frage ist kommen dann immer solche oder kommen mehr größere Da kommen auch größere. Ich hatte schon mal eine 25 First Rates gesehen. Aber wie gesagt, wenn wir zu viert wären, hätte ich gesagt, ist riskant, könnte man es schaffen. Zu sechs würde man es auf jeden Fall schaffen. Mit sechs Belohners. Okay, ich kann liefen. Warte. Lief, Battle, wohin? Exit to Friendly Port. Schau mal, wo wir rauskommen. Entering Port, Monte Christi, Monte Christi.